Bayerische Bildungspolitik im Fokus. Nach der letzten PISA-Umfrage ist der Druck auf bayerische Schüler gestiegen. Das Lesen, Rechnen und Schreiben sowie eine bessere Berufsorientierung soll laut Kultusministerium in Bayerns Schulen vertieft werden. Hauptthema bei einer Debatte der Vereinigung der bayerischen Wirtschaft. Aus unserer Sicht wollen wir Jugendliche haben, die leistungsfähig und leistungswillig sind, aber in ihrer Gesamtheit als starke Menschen in unserer Gesellschaft, wenn sie erwachsen sind, sein werden. Dafür sei künftig auch der richtige Umgang mit künstlicher Intelligenz an Schulen wichtig.